Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Play Raw! Noch die Zusammenprall-Beta! Viel Spaß dabei! Dann wollen wir mal da! Ja, gucken wir mal! Das würde doch nichts, das hier hält schon! Oh doch! Jetzt hätten sie es gehört! Die Gegner nicht so! Bist du da hängen geblieben oder was? Genau! Tasten, der! Hör mal an hier! Tank! Ja, bis der sich bewegt ist schon alles tot! Alle auf einmal durchbrechen Scheißdruck! Ah, Tower eingenommen! Lass rechts gehen! Na man, der greift an! Er will! Der greift an! Ach so, er hat an! Jetzt packen wir! ich hab mal den noten ich hab ganz frustet, darauf haben die gewartet verflucht ich muss noch ein bisschen sparen nein, gibt's nicht Bakasura hat mich voll abgeleetscht ich muss mal klarkommen auf diese oh man die haben damage genommen alle links ich komm rechts, stun und was oh, der hat schon sich voll geleetscht so, der kommt von hinten ich wusste, dass er es immer noch kriegt oh, warum funktioniert das nicht ich fass es nicht irgendwie hab ich so den Eindruck, das wird ein hartes Mensch da fliegen ganze Scharen von Mobs jetzt hab ich heute mehr gezählt, alles anders ja, lauf rein, Digga, ey Kollege das macht mir voll gar nichts, ey ah, verdammt Tor alles voll gut äh, ätzend ruhig zerfetzt ah, es ändert sich ja, glaube aber killt er noch ein ich fass es nicht die gehen da mal zu zweit rein die gehen da mal zu zweit rein die gehen da mal zu zweit rein ich geh alleine rein genau, die gehen zu zweit rein ich geh alleine rein Tannathos ist hinter dir, glaube ich ich weiß ah ah gibt's nicht schneller Derby glatt, guck mal ... ... nix, Alter geh weg Ich bin fertig, ich bin fertig! Sehr schön. Das war sehr sehr schön. Ich bin fertig. Endlich. Nein. Schon ein bisschen. Tor ist ein bisschen overport. Aber ich glaube, das ändert sich gleich. Ein Tor kommt dritter. Ich hab's ja nicht geschafft. Was ist er hier? Naja, aber er wollte mich abklicken. Dafür schafft's nicht. So. Bakasura haut ab. Chuck. Kommen links helfen. Das war ne Mauer eins. Das ist Fanatros. Oh no. Chuck ist der hier. Bakasura. Wir hören jetzt mal mit. Nein, jetzt. Nein, das ist was der Aktion. Aber wir müssen keinen gehen. Ja. Mann. Jetzt hier. Aput. Oh Thor, der Wichser! Wir sind gerade im falschen Moment Was ist losgekehrt? Oh E-Mirale Hat er noch tot gekriegt? Das Tank Warte, ich will echt nicht mehr viel Tarmatus Nein, verdammt Er wartet nur oben, der Penner Er hat einen angeschissen Willst du? Cool Ultimate ready Du kannst ja eh nicht stun Ja genau Instant down Double kill Ehh Moment Ja, lass mich Geht's jetzt Ich hätte noch ein Ultimate reinfetzen können Hm Hm Was für der Nein Ich hab's gesehen Den einen hab ich voll verarscht, hast du gesehen? Tadatu Ich hab mich gewogen gemacht Er hat sich geront Oh Mann, oh Aber ich hab nicht gesehen, dass Thor noch dabei ist Tadatu Flüssig Schreie Die schreie Da sind Mitte Die kommen jetzt zu euch Darauf haben sie gewartet Oh, den Einer hast du fast gehabt Oh, ne, dann, Alter, gibt's nicht, ne? Doch, holen sie Das würde ich sagen, nehmen wir doch auch Durchdringung, oder? Na immer Immer mitten in die Gesichter Okay, bin wieder da Und da hat den Trucker den Tower Ja, mach das Hoffe ich Halt durch, du Äh, sieht man nicht Wo ist denn der Panner? Der hat sich zurückgeportet, der hat da seine Zeitmaschine Panner Da ist der Abgau Hat er mit Absicht gemacht Hier links, lass mal links gehen Tanathos Tor 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 Die machen beide gleichzeitig im Eck Pass auf, Tor So Ja, Mann Ja, Mann Kometenaktion, Mann Sind wir wieder da, ey Mal langsam Noch haben wir nicht gewonnen Naja, dass er keine Oh, Chuck kommt Oh Da ist vorne Aaaaah Kurz vor ihm Moon gewesen Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Ja, den kriegst du auch Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Tanathos geht hoch Tanathos geht hoch Ja Hat er nur abgebahrt Oh Und Bakasura hat die auch noch hinterher Ja, Mann Ah, holst du Oh, der Wichser, ey Hier Kiron krallt hin So Okay Ähm Er kommt noch weg, ey Ne Schafft er nicht mehr Meinst du das? Ja Ah, da kommt er Hm Aber nicht meiner, schade Ähm Ähm Du musst ja hier alles alleine Oh Oh Rechtes Tower muss fallen Oh Es passt gerade keiner auf Boah Und dann zerfetze ich ihn Nämlich Hoff ich Nein, ich kriege ihn nicht mehr down Oh Oh Tarnathos kommt Die Hure Ich will es hoff gleich weiter Komm alle von mir Oh Chuck ist hier vorne Zerf Ja Alter, du Hurensohn Das hast du mal nicht geahnt Kommt da Nathos Dich krieg ich auch noch. Dich krieg ich auch noch. Der Einschwein da. Oh nein, ey. Chuck Talik nicht mehr. Easy. Was soll das denn? LOL. Hat aber nur durch die MED gezündet. Kommt doch nicht anders. Los, Frettchen, los. Ja, Mann, ja, Mann. Also, das muss ich noch auf jeden Fall üben. Obben, obben, obben. Verstehe. Aber sonst gefällt es mir. Mhm. Alter Schwede, warum so lange hat Cooldown? Er mal garnicht. Kann auch noch kurz warten. Scheiße, hat er die noch gekellt. Wie gut ist, was ich in meiner Gorge hatte. Na ja, alle. Komm mal, ey. Da holen sie uns in der Mitte. Was? Was? Oh, das war's. Drei Hits. Gesehen. Oh ja, von hinten. Tor. Jetzt kommt die anderen. Hm. Ja. Ja. Du zackst. Hm. Der Lefte Phoenix. Der ist schon gestreut. Hm. Der wurde gestreut, ja. Entweder. Oh ja, der zweite. Oh, willst du, ne? Oh, man. Ah, keine Ahnung, wieso ich das zünde, aber so, jetzt müssen wir mal durchrennen hier Jetzt ist aber Schluss. Alleine getankt den Schalter. Brava. Blöck mal, Blöck mal. Blöck, 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 Blöck. Fenyx kill, alles kill. Waka Sura? Pa-Pasura! Waka waka Sura! Halt er mich gekillt, sein Ultimantle. Ah, hat er mich auch. Oh, noch einen Schuss. Einschlag. Ja! Oh Gott, ey. Chiron hat uns, äh, gerettet. Das war ja mal eine anstrengende Schose. You say it. Ah, wir haben's geschafft. Gott sei Dank. Ja. Muss ich wieder alles alleine machen.